Das sind so wichtige Sachen, aber ich kann die noch machen, was ich vorhin aufgenommen habe. So, dann geht er da klein und da groß. Das ist ganz gut, der kam nicht an und der ist ganz gut. Das ist aber kein Abschluss, ey, du da, ich muss sie immer. So, kann man, gibt's die? Die müssen die noch machen. Kann man, der geht richtig gut. So, die gibt's angeblich. Jetzt ist echt ein Problem. Problem ist wie? Nee. So. Das kann die bis zur Flanke umgehen. Oder eben erst mal sich präsenzmäßig frei boxen, um auf dem Platz drauf gucken zu können. So. Das geht dann ja jetzt für die Hände genauso wie für die Füße. Wenn du willst. Kann. Ding. Yang. Ding. So. Der kommt nicht gut durch. Da kommt ein Kick, der nicht kommt. Der ist scheißegal, der kickt wie schön ich ihn mach, der ist auf jeden Fall gut. so. So. Dann kommt Lie auch mit Kicken. Lie ist ich hier in den Brennpunkt. Nein, ich darf nicht. Oh, ich versuch das weg zu machen und krieg eine Antwort. Lie und ich darf nicht. Darf und darf ich. So. Dann ist das auch gekickt. Der ist auf jeden Fall nicht festgehalten oder abgewehrt. Wenn ich jetzt den Kick mach, äh die da, ich will dich mal kicken, dann ist er abgewehrt. So. Das ist eben der Unterschied zwischen Notwehr oder wie man jemandem, äh, solche oder Beute. Ach, nochmal. Einige Quatsch hier. Als Känkesau. Zudem. 36 Jahre. 50 Jahre. overse luego Uhso. 40 Jahre. Vielen Dank.